Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder eine Skinvorstellung, nämlich zum Crew-Paket. Das zweite ist es von Januar 2021. Damit nochmal ein frohes neues Jahr. Denn das ist das erste Video in diesem Jahr. Wir haben jedenfalls Green Arrow. Das Video würde übrigens auch früher kommen, aber ich habe es leider erst ein bisschen später bekommen. Nicht direkt um 1 Uhr. Aber ja, wir haben halt Green Arrow und halt auch noch die Spitzhacke mit dem Backpack dabei hier. Set 05 by the way, alles klar. Hier haben wir nochmal ein kleines Bild dazu. Leider weiß ich nicht genau, wie das Ganze abläuft. Man kriegt ja 1000 V-Bucks dazu. Die kriegt man erst hier beim unten stehenden Datum. Also am 2. Januar. Habe ich noch nicht bekommen. Und ja, da steht ja auch nächster Battle Pass in Kapitel 2, Season 6. Ich habe aber gehört, auch es soll immer so sein, dass man 950 V-Bucks statt dem Battle Pass kriegt, wenn man den halt schon hat. Vielleicht wird es aber auch nicht so sein. Manche steht ja auch von nächster Season kriegt man. Den würde aber auch keinen Sinn machen. Ähm, ja, gut. Werde ich euch auf jeden Fall in einen angepinnten Kommentaren dann noch drunter schreiben, weil ich es weiß, was ich bekommen habe. Also morgen oder übermorgen mache ich das dann. Und hier haben wir jedenfalls halt, wie gesagt, Green Arrow. Ich habe jetzt einfach mal hier so diese DC-Sachen ausgerüstet. Warte, nochmal eine Spitzlacke. Das zeige ich natürlich jetzt gleich noch in-game alles. Ich habe jetzt einfach mal von Batman den Gleiter, dann dieses Contrail und einfach mal so eine Lackierung draufgenommen. Ich weiß nicht, irgendeine schwarze wäre, denke ich mal, gut halt. So eine dunkelgrüne gibt es eher nicht. Mal schauen, ob die gut passt. Zum neuen Jahr passt die gut. Ich habe jetzt einfach mal das ausgerüstet. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in-game rein. Ich habe jetzt übrigens doch den Gleiter gewechselt in den hier, da das doch nicht mal so gut gepasst hat. Na ja, auf jeden Fall, das passt, finde ich besser. Und dann gehe ich mal hier einfach runter. Hä, wie den Skin? Ich muss ja sagen, okay, Spitzlacke, ja doch, sieht auch interessant aus. Aber an sich ist auch Green Arrow. Ich bin zwar jetzt kein großer DC-Fan, aber Green Arrow ist einer meiner Lieblings-DC-Charaktere. Ja, moin, ich wurde erstmal gejagt. So, ich schlage mal mit der Spitzlacke, hören wir uns mal den Sound an. Doch, ich finde den Skin schon echt nice, oder was? Bei Zielen. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Let's go. So hier. Und dann noch einmal bauen. Und da gehen wir einmal hier hin. Und ja, das ist auf jeden Fall das Paket von 1921. Ja, das kann man auf jeden Fall zum Fazit sagen. Wie gesagt, ist es erst das zweite Crew-Paket. Und ich finde, es ist ein gelungenes Paket. Wie gesagt, werde ich euch in einem angepinnten Kommentar noch schreiben, wie viele V-Bucks ich bekommen habe, ob 1000 oder auch wirklich 1950. Vielleicht wartet ihr ja noch mal überlegen, ob ihr dieses Paket holen sollt oder nicht. Jedenfalls hoffe ich, ich konnte euch mit diesem ganzen Video hier bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ich euch weiterhelfen konnte und euch das Ganze gefallen hat, würde ich mir jetzt sehr über den Like folgen, falls ihr noch hier mal abonniert habt, auch sehr über ein Abo. By the way, nicht wundern, das Outro wird noch dieses Jahr geändert, beziehungsweise beim nächsten Video schon. Allerdings bleibt es noch in diesem Video gleich. Dann bleibt mir nur noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.